hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge star wars battlefront mit dabei wieder der gute tommy hallo tommy hallo ja wir versuchen uns ja noch als festes team irgendwie einzuspielen klappt auch ganz gut ist ein netter kerl und ist auch youtuber dafür nicht vergessen zu sagen schaut auf seinen kanal link ist in der beschreibung gut erzähl was ja wir spielen jetzt hier sabotage sind wir überhaupt ja doch du bist noch am laden oder ausprobieren was ich war noch im bildschirm so nehm ich immer auf bist du der boller kopf ja ich hab mir den auch geholt hier den will ich nie haben ich auch so wir haben uns für sabotage entschlossen und bestellen weil wir das team ausprobieren wollen auch wenn es nur zwei mann sind immer weg da er zappelt vor mir die ganze zeit da bist du hast ihn gekillt du warst ja einer habe ich die ballern einfach in alle richtungen ich komme ja gar nicht hier zu den zu den dingern hin da da das hier bei a bei a haben wir schon angefangen also wir müssen da ich sehe dich wir müssen natürlich zusammen bleiben ja wichtig das ist ja der sinn eines teams kommst hinterher ja ich bin da also ich benutze e4 die habe ich jetzt ganz frisch erworben ist eine übels fiese waffe finde ich verteidigen ach so ich dachte den gegner er schreckt mich nicht so vorrücken jungs das klappt hier gut ne den haben wir ja der ist schon da und krass ich sehe dich mein ziel ist nur die hinterher zu laufen ich warte mal kurz okay wo gehen wir denn lang hier da unten ist einer in der röhre oder ganz viele du machst das schon e4 kill wie gemein ist einfach im sprung ich habe einmal abgedrückt wegware ich bin geschockt blenden hatte ich sehe auch da noch weg jawohl ich komme noch weg ich sehe noch richtig viel aua au da hat er mir aber die ca 87 im gesicht geschossen keine chance gut das coole jetzt mit wenn man im team spielt partner start man ist ja sofort wieder beisammen das ist direkt hinter mir so gehen wir hier durch die röhre genau machen wir machen wir plan wir greifen jetzt den punkt.de an da man erscheint mich noch nicht so und verteidigen den gemeinsam vielleicht können wir beieinander spornen ich schieße einfach auf alles was ich bewege gerade ich weiß jetzt gar nicht hier wo die gegner herkommen da ne hier ist keine granate irgendwo hin teilweise ballern die dort einfach nur den gang rein ohne dass da was ist oh alter ich habe trotzdem eingekillt generator verteidigungspunkte kommen ja so bricht man die e4 so ich bleib mal ein bisschen in deckung vielleicht kannst du dann bei mir ja bin ich bin bei dir ich krieg ja gar nichts hier ab nicht mal es ist oder so und jetzt wurde ich von der granate geholt ja ich bleib immer in deckung hier kurz oh ich bin unter beschuss aber das interessiert die gar nicht ne ich sterbe sofort bei sowas okay wieder hinter dir aber es ist krieg alles klar laufen wir zu c ist auch der letzte punkt haben wir hier schon die ganzen helden ich glaube schon ne also han solo ist da ich luke habe ich auch vorhin gesehen es läuft doch ganz gut bisher okay du bist da oben oh ich lauf voll in den thermal imploder rein versteck mich nein da wurde ich noch erschossen okay wir sind getrennt da ist noch ein held frei den holt sich jetzt gerade einer ah ich sehe es gerade ich gehe wieder nach c der soll ja nur verteidigt werden ne das ist das einzige wir müssen ja nicht da hinlaufen direkt warum springt der denn direkt nach c so ist da irgendwas ne ich stehe kein gegner also von daher so ich nehme mal meinen hochgeskillten projektilwerfer das ist ein richtig krasses ding das sind schon mal benutzt ja das ist richtig gut ne ich schieße ihn jetzt mal so auf spaß der haut die leute weg ohne ohne ende und er legt noch so übelst gemein schnell nach generator zu steuern wie das war es schon wir müssen wir nur noch wir müssen nur noch abhauen hier ne geil da war aber irgendwo wir sind nicht allein assist oh da hängt er mit dem kopf schade wollte ich mir angucken es ist hier noch ganz ordentlich was los momentan wo sind die denn da wurde nur einer totgeboxt wo ist han solo wir müssen ihn auftauen okay wo müssen wir verteidigen wo ist es dahin da lang jawohl hinter han solo ja da fühlt man sich schon ein bisschen geschützt besser als der 70er jahre kollege von ihnen in der 80er jahre kollege ja ja der lando genau lando carissian genau ich vergesse immer den name lando echt ja kommen da welche ich treffe hier echt nichts mit meinen granaten wo bist denn du da oh ich wurde geblendet ich bin auch geblendet geh ins eck ich bin einfach blind irgendwo hin haben nichts getroffen ich habe jetzt noch so eine doofe angebungsmine und schon wieder geblendet jetzt geht es aber ab hier weil du hast noch viel größere augen du wirst noch viel fester geblendet als ich ich hoffe nicht uh du saß gut nix erledigt da kommen sie auch von links sich über all diese roten umrisse du bist ja hier sicher ne ich mach mal kamikaze ja mach das mal wow ich bin durchgekommen oh der aber nicht ha genau mein plan wenigstens habe ich einen mit ins grab genommen so ich bin wieder bei dir ok bis jetzt kommt hier nichts rein ne sie schießen alle irgendwo ins in den nebel rein sie schießen einfach ins nichts da ist auch wirklich nichts so wir müssen ja nur verteilen wir müssen ja nur hier stehen bleiben und die ähm die 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 das imperium darf hier halt nicht rein und zurückerobern das ist ja ziemlich simpel oh da kommt eine granate da kommt eine granate ouch boah 7 hp sperrfeuer kill oh jetzt hat es mich erwischt mit irgendeiner granate hier oh da sind aber richtig viele drin boah jetzt so ne so ne so ne mega bombe ey das wäre ein traum aber ich habe wenigstens ein paar bimskin ich hätte immer was an aber aber die trauen sich nicht um die ecke zu gucken ne spitzenspieler ausgeschaltet ich liebe es oh das war nicht gut was oh nein ich hasse ihn wer ist dieser held überhaupt ich kenn den nicht mit diesem verband ja ich glaube im film kam der auch nur so ein eine sequenz vor irgendwie da wo sie dann wo sie dann da irgendwie stehen und der boba fett äh also oder da auf dem wie heißt es denn hier auf dem sternzerstörer und dann sagen sie irgendwie wir haben ein kopfgeld ausgesetzt und bla 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 also der kam nicht wirklich groß vor in den film ne der ist mir absolut fremd muss ich einfach sagen oh ist er mich ich werde irgendwie beschossen aber auch doch nicht boah intelligente rakete voll in das wieder rein und 250 schaden gemacht bei ihm das ist super aber er hat mich trotzdem gerade erwürgt ah da ist er kommt er zu mir du bist auch in gefahr ich darf nicht bei dir join boah boah ich hab den voll mit der bazooka wischt das ärgert den bestimmt mega weil weil er ganz frisch war noch ah das zieht aber auch richtig viel ab ich glaube das ist somit das beste was man kriegen kann gegen helden ne ja ich hab einfach in die menge geschossen aber wir verteidigen glaube ich ganz gut noch eine minute knapp oder ein bisschen mehr boah ich mach grad E4 Kills ohne Ende mhmhm einfach nur auf Risiko da oben ist auf jeden Fall noch der Imperator der schießt da mit seinen Blitzen rum oh den mag ich nicht einen alten einen alten Sack hehehe und dass sie von da kommen oh wo kam der noch von mal her oh CA 87 ich liebe dieses Gewehr hehehe aber ich glaub die E4 die hat's abgelöst ja die ist auch richtig gut die ist so schnell also wirklich aber du spielst ähm in in der dritten Person ne in der Person ja am liebsten irgendwie habt ihr im Video gesehen ich hab ganz am Anfang hab ich auch tatsächlich immer in der First Person gespielt aber irgendwann hab ich mir das so angewöhnt oh boah Streugeschütze ey das macht's grad wenn man so ein bisschen durch die Gegend rollt und sowas dann macht das nicht so also wenn du jetzt rollst dann geht er ja ganz kurz mit der Kamera raus und geht dann wieder rein ne das hat mich immer gestört dann als das so reingepatcht wurde mit dem Rollen für alle wow und Sieg Sieg jawoll eine wunderschöne Runde erstmal wir machen noch eine ne auf jeden Fall ja klar natürlich komm mal hinten vor dir 18 boah gut war richtig abgegangen naja wie viele echte Kills sehen wir ja erst jetzt gleich ja weil diese Assists als Kill gelten was ich ein bisschen komisch finde naja macht's irgendwo ein bisschen motivierender ne das ja aber das macht die ganze KD kaputt ne weil ja klar es ist einfach kein Kill ja Siegbonus 500 ey wie lange soll ich denn das spielen bis ich mein Maximallevel erreicht so EE3 habe ich noch nicht freigespielt komischerweise da steht es bei mir gerade ich muss mal gucken was ich hier noch erledigen muss wir haben nochmal Sabotage immer noch ah jetzt sind wir die Seitenwechsel einfach nur ne jo genau so warte jetzt habe ich hier 92% ich muss noch 2 Ionen Torpedo Kills machen Transport 2005 Punkt ich habe schon ewig nie mehr Transport gespielt oh ich muss 3 mal noch 2 mal den Generator deaktivieren dann bekomme ich die Schockgranate das wäre natürlich ganz interessant aber das sind halt Menge ne wenn man das so mal sieht ja das stimmt ich bin hinter dir ok wo gehen wir denn hin hier hoch oder da durch die Röhre ne hier hoch ja alles klar ich kenne die Map leider auch nicht so wirklich gut hier irgendwie das ist alles so ähnlich irgendwie alles so kleine Gänge die irgendwo hinführen ja die Kammer hier die gefällt mir gar nicht irgendwie das ist die ist total wuselig da sieht man auch ich finde da sieht man so schlecht wenn dann irgendwo Gegner können aus allen Ecken kommen und alles ist dunkel aber naja ich nehme mal gleich mein Schild hier na du hast ihn besiegt oh da war noch einer unter dir ist irgendwo einer ich wollte mich in der Ecke verstecken aber da ist ja alles offen das ja ich bin wieder da oh die Gegner haben jetzt hier schon 2 Sachen aktiviert ne ja gut A wurde jetzt deaktiviert gehen wir aber nochmal zu C dann machen wir die nächste Folge die würde ich empfehlen also Transport das ist als Team bestimmt auch ziemlich geil hätte ich auf jeden Fall sehr Lust drauf oben oben über dir war einer wir sind überall und einfach überall sind Gegner das kann doch nicht wahr sein da was tänzelte die denn da so rum sieht total komisch aus au 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 24. Wookie was ist das denn für ein Name oh da sind echt viele ok ok einen haben sie schon verdammt naja das war der C den hier den haben sie gekriegt er ist doch der schwerste ist doch so er ist ziemlich bescheuert weil er so offen ist aber hier müssen wir aber ich kann hier bei dir spawnen direkt super ich will jetzt oh hier deaktivieren na komm Timmy tu dich doch nicht so doof anstellen es ist oh hast du den gekillt ne aber irgendwo anders der ist noch da ok oh Schuss ach der ist entweder aktiviert Mist wieso treffe ich denn nichts ich hab jetzt einfach nur rechts und links neben ihn geschossen über dir oh das war eine kleine hellen hauzehne jetzt ich finde das so super wenn man dann das das jetpack dann noch da am ende macht und man so durch die Gegend fliegt Arme und Beine nur wabbeln da wisse ich seh dich im Moment haben wir ja beides noch hier das ist doch ganz gut ja aber einen Helden habe ich auch noch nicht gesehen bisher von denen die sind einfach mal dagegen ach das jetzt ja gerade ist Heilung das Gitter ist zu man kann durch geschlossene Gitter nicht schießen was ich komisch finde aber wir müssen deaktivieren ach da oben ist einer scheiße boah wie kommt denn da hin ach da sind ja so viele hier werde ich auch wieder nicht überleben ne boah ich bin doch eingestiegen hat dir nur den Tod gebracht tut mir leid ich habe auch nicht gerechnet damit dass ich noch einsteige ich wurde ja von allen beschossen eigentlich ja und den Rest habe ich nur abgekriegt da die Laser die noch hinterher kamen na gut ich würde sagen wir konzentrieren uns auf B ja auch wenn jetzt hier einer so einen dicken Imploader reinwirft dass sie immer ballern müssen ne das ist doch zu das Gitter da passiert nichts tja oh Held Held kommt dieser dieser Noob oh was der hat dieses verbesserte geschützt der das ist so stark das tötet einen so schnell ne ja das ist unglaublich keine Schnitte ja das ist ja hinter mir einer dann bist du tot ja leider so einen gelben Kreis mit einem X dann drin ja genau boah schon wieder direkt gestorben so geschützt ausgeschaltet oder ausgeschalten was ist denn wer schießt denn auf mich ich mach doch Schaden dann kann doch nichts was denn oh man was ist denn los schwieriger Spielmodus ja das stimmt ja Taktik kannst du ja auch vergessen das ist zu zweit ne dann schaffst du ja auch nichts naja das ist auch ein bisschen schwierig hier mit den vielen Spielern ne 16 gegen 16 da ist schwer dann zu zweit irgendwie das ganze Spiel zu entscheiden dann schon aber bei Transport wärs ja glaube ich 8 gegen 8 da wär schon eher da kannst du mir besser Rückendeckung geben und so dann macht das mir Spaß wenn du Erfolg hast jedenfalls ne na klar auf jeden Fall uah 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 leider treffen sie mich auch oh da ist jetzt Leia oh ja Leia sie hat mich gerade erschossen die hat auch die X8 die Leia echt? weiß ich gar nicht sie wurde von der X8 erschossen aber ich hab das auch nur Leia gesehen nicht dass ich jetzt was zu übersehen hab wer mich erschossen hat boom oh granate vorsicht ah ja ach jetzt liegt da so eine gift granate ne naja naja sind verletzend ne naja grad bei so engen Gängen hier oh da heilt einer hab ich es jetzt leider nicht gekriegt schade Ja, okay Endlich mal Rückkehrerbogen Das ist immer so peinlich Ja, das stört schon, das stimmt Was hab ich denn? Granate Ich würde gerne noch heilen können Also hier reanimieren oder so Das find ich cool Das wär echt cool, ja Das fehlt so ein bisschen Naja, das schaffen sie jetzt hier Müssen wir so bei der Flucht noch hindern jetzt Boah, hier ist alles voll Ich komm gar nicht mehr durch den Gang hoch Da fliegen nur Granaten So, jetzt sind hier natürlich auch irgendwo die Heldensymbole für uns Dass wir Helden werden können Oder halt Schwurken, besser gesagt Ja, das stimmt Aber ich krieg die irgendwie als Imperium Krieg ich die gefühlt irgendwie seltener Hab ich so den Eindruck Da kommt man ja gar nicht mehr durch Da ist nichts zu machen, ne Da kommst du nicht durch Was willst du denn jetzt auch reißen? Guck mal Doch, direkt gestorben Du hast nur um die Ecke geguckt Ja Und da liegen nur Granaten unter uns Gas Boah, das ist aber hart Es ist hier ruhig Weil wenn sie sich hier so bündelt Dann kommen sie nicht durch Ist ja klar Jetzt sind wir drin Jetzt sind wir drin Oh, da ist was explodiert Nein, da steht einer oben in der Ecke rechts Wenn du im Raum reinkommst Ich bin schon tot wieder Das gibt es ja gar nicht Erobern Wir müssen erobern Wir haben nur noch dreieinhalb Minuten Das ist aber auch echt schwer hier Da liegt schon wieder eine Granate Der wurde auch von der Granate getötet Das war ich Vorsicht, Granate Nein Da oben sind auch noch welche So viele Aber ich bin direkt Nicht hinter dir Weil du auch noch hochgesprengt wirst So, ich komm zu dir Nimm mal den einen langen Weg Der ist besser Oh, da vorne ist so ein Symbol hier Was denn? Was kommt man denn da hin? Ach, ein Held Ich glaube jetzt wurde es weggenommen gerade Von irgendeinem Heldenkram Ja, genau Ja, das hat hier irgendeiner aufgenommen Das lag hier in dem Also das Sprungpack fehlt mir schon Ey, wenn man es die ganze Zeit benutzt Naja, das ist so eine Sache Stimmt schon Das erleichtert ja schon das Leben hier So, erobern Wir müssen uns beeilen Wir wollen gewinnen Boah, da hat aber einer abkassiert, ey Ey Streugeschütz, kill Och, und diese Kackgranate hat noch gelegen Das gibt es doch gar nicht Nicht verfügbar Mein Teammitglied Ach, bist du das W da? Ne, ich bin jetzt Greedo Konnte ich nehmen Finde ich eigentlich gar nicht so gut Ich hätte jetzt lieber irgendwie Darth Vader genommen Denn Ich habe hier wenigstens was aus Aber naja Aber ich benutze den Greedo Ich weiß es auch nicht Der ist halt ganz gut Aber hier für so eine Situation Wahrscheinlich auch nicht so toll Gucken wir mal hier Oh, da bist du direkt bei dir Oh, da kommen nur Granaten, ne? Ja, da bringt der halt auch nichts Ah, jetzt bin ich hier geblendet in den Granaten drin Ah, das wäre der angeschossen Na, wie er zuckt Der das wieder zuckt, wenn er schießt Oh, der geht jetzt hier rein Um Hilfe Hätte ich ihn mir mal Ey, du hast gut reden Warum kommst du denn da nicht hinterher? Boah, es kommt nur Laser gegen mir Und Gas und auch alles Ah, jetzt sind hier schon ein paar Also der Darth Vader macht das ganz gut, glaube ich Ich sehe hier nichts Ich schieße einmal blind überall hin, ne? Also wirklich Ich befülle die Ecken mit Bomben Ah, es läuft ganz gut, glaube ich Wir obern, wir obern Wir schaffen das Zwölf Stück hier schon drin Hat ja super geklappt Alter, die kommen alle da rein Das gibt's gar nicht Au, au, au Erobert Haben wir geschafft, super Sieg Geil Ich war auch kurz vorm Sterben dann am Ende mit dem Greedo Aber gut war ich nicht Aber trotzdem Ich hab's noch irgendwie hingekriegt mit dem Hey, der Witzker So, dann gucken wir, wer für den Spielmodus danach kommt Den nehmen wir aber separat auf, würde ich sagen, ne? Ja Gucken wir noch eine Pünchenverteilung an Mach ich eigentlich immer so 70.000, wo ich boah Hammer Das ist schon nicht wenig, ja Gut Ich sag an der Stelle danke fürs Zusehen Jawoll, sag ich auch Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Genau Ich bin gespannt, wo und was Tschüss Alles klar, tschüss Ich bin gespannt, wo ich rauskriegt mit dem